Und weiter geht's! Willkommen zurück, Freunde, zu Let's Play Pokémon, die gelbe Edition. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, wir sind jetzt hier gerade momentan auf Route 14, immer noch unterwegs nach Fuchsania City und da kommt schon wieder ein Trainer an. Hast du schon von den legendären Pokémon gehört? Ja, so ein bisschen. Wieso? Hast du eins gesehen? Wenn ja, wo? Ah, naja. Gut, aber da der Typ ja hier so ein Vogelfänger ist, der ein Porrenta hat. Oh, interessant. Porrenta ist eigentlich ja auch ein Vogel-Pokémon, aber es kann nicht fliegen. Oh, und ich merke schon gerade, Evoli hat den Sternstauber hier verbraucht. Na ja, gut, ist jetzt auch egal. Gut, ich werde einfach mal Pikachu einwechseln. Jetzt geht keine Zeit für Fehler. Wenn Sternstauber nicht geht, dann braucht Evoli eigentlich auch gar nicht kämpfen. Ja, stattdessen, ja, machen wir das einfach mal lieber schnell. Aber Porrenta, interessant. Warum habe ich verloren? Äh, weil ich einfach besser bin als du? Egal. Ja, gut, jetzt haben wir jetzt erstmal hier wieder mal einen Sicht-Eintrag von einem neuen Pokémon, und zwar Porrenta. Jetzt muss ich eigentlich erstmal gucken, weil ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher ist. Porrenta, eines der Pokémon, die ich tatsächlich hier in Pokémon-Gap fangen kann. Können wir ja sehen. Ja, Tatsache, es gibt eins. Äh, warte mal. Ja, falsch. Das war Ponita, nicht Porrenta. Hier ist Porrenta. Und, ja, es gibt Fundorte, und zwar tatsächlich auf den Routen, auf denen ich ja schon bereits hier durchgefahren bin. Ah, ganz nett, aber na gut, da werde ich jetzt nicht extra zurückgehen. Ich weiß, ich muss ja eigentlich ja noch Pokémon fangen, bis ich mindestens 50 habe, aber... Naja. Ja, Pokémon-Kampf. Cool, leg los, Kumpel. Ja, ja, legen wir mal los. Ja, also, wie gesagt, also, das werde ich dann irgendwann später mal machen, und wenn dann auch sogar offscreen. Damit ich das nötige zusammen habe, und dann bekomme ich ja wieder von einem von Professor Eiske Hilfen, der ja eigentlich auch irgendwo mal bald hier wieder auftauchen sollte. Von dem bekomme ich ja dann eigentlich ja auch wieder hier so ein schickes, kleines Geschenk. Weil der Seite ist nicht mehr, wo der war. Okay, Smoggen setzt Tackle ein, macht uns nicht viel aus. Glurak-Flammenwurf! Wieso lasse ich eigentlich überhaupt Glurak kämpfen? Der ist doch schon stark. Das braucht erstmal kein Training. So, Slimer wird in den Kampf geschickt, willst du wechseln? Nö, lassen wir einfach erstmal lieber mal Tortock ein wenig catchen. So, zeig mal, was du kannst, Tortock. Setz Eisstrahl ein! Oh ja, zieht ordentlich weg. Sogar mit einem Crit. Und das war's. Und der Biker ist besiegt. Oh, voll erwischt. Ja, okay, gut. Wo muss ich eigentlich überhaupt lang? Also ich weiß ja, ne, ja, nach Fuchshaner City geht's ja Richtung Westen. Aber ich denke mal, ich werd hier noch ein bisschen hier trainieren. Los, los, lass uns kämpfen! Auf in den Kampf, los! Oh Mann, da will wohl einer kämpfen, wie es aussieht. Wieder mal so ein Biker. Na ja, gut. Nette Typen auf jeden Fall. Und er setzt einen Smogger ein. Ja, okay. Biker haben ausschließlich Gifttypen. Wie es aussieht. Und ich muss echt mal jetzt hier wieder mal ein bisschen Evoli rauswechseln. Ne, machen wir erstmal folgendes. Ich denke mal, ich werd jetzt auch erstmal Toddog ein wenig trainieren, dass das Level 40 erreicht. Autsch. Das tat weh. Gut, dann fangen wir mal an. Blubstrahl! So, voll erwischt. So, wieder ein Pokémon und zwar ein Smoggeron. Yes. Und wieder Blubstrahl! Das Ding qualmt ja schon sofort direkt. Machen wir es mal ein bisschen sauber, Todhog. Und Bissattacke! Das war's. Okay, als es ist, es wird ein Slime an den Kampf geschickt. Na gut. Das wird auch erstmal weggespült. So schön hier mit Blubber und Seife. Dann riecht es auch nicht mehr so streng. Okay, und nochmal die Bissattacke dazu. Dann ist das auch jetzt erledigt. Okay, und nochmal ein Smoggeron. Na gut. Das machen wir auch mal schnell sauber. Dann glänzt es wieder so schön. Oh, man, wie die auch alle immer so knapp überleben müssen. Ätzend. Nee, nee, nee. Das kann doch nicht wahr sein. Ah, hau bloß ab! Ja, Entschuldigung. Ich kenne ja auch nichts dafür, dass ich so toll bin. Sehr gut. Ich brauche einen Zeitvertreib. Ja, den bräuchte ich vielleicht auch mal. Allerdings, naja. Ich hab's ein bisschen eilig, ehrlich gesagt. Aber egal. Okay, wieder ein Slimer. Und man, ich vergesse schon immer wieder, dass ich die Pokémon austauschen wollte. Mann! Was ist denn da los mit mir? Kann ich mich nicht immer ein bisschen konzentrieren, oder was? Na gut, aber was macht jetzt gerade so viel Spaß jetzt hier? Einfach mal so ein bisschen zu kämpfen. Da vergisst man so das ein oder andere. Okay, die Attacke ist nicht sehr... Macht nicht so viel Schaden, also... Ist leider kein One-Hit. Aber egal. Machen wir einfach weiter. Blub-Strahl! Und eine Biss-Attacke noch hinterher. Ist da eigentlich so gesehen nicht unbedingt gerade wirklich voll bei Slimer, weil es ist ja eigentlich ein total weicher Körper. Ich weiß nicht, ob man da wirklich was hier so richtig reinbeißen kann, aber egal. Gut, na mal das hier noch ein bisschen, den Blub-Strahl dazu. Und schon wieder kein One-Hit. Tortak, du musst ein bisschen besser werden. Und Biss-Attacke. Okay, und Tortak erreicht Level 37. Okay, und der Biker ist besiegt. Du hast mich besiegt? Oh Mann! Oh doch. Okay. Okay, ich würde mal hier sagen, hier ist eigentlich jetzt nur wieder so ein bisschen so ein Trainingsgras. So ein Trainingsfeld. Jupp. Okay, da will ich jetzt nicht unbedingt jetzt rauf. Nee, nee. Stattdessen gehe ich lieber hierhin zu dem Typen, der jetzt auch gerne hier wohl ein bisschen aufs Maul will. Ich wohl nicht unbedingt, aber lass uns da noch kämpfen. Er will nicht? Ach Mann, warum sprichst du mich dann an? Gibt's denn das? Die Typen sind doch ein bisschen crazy, Mann. Und er setzt Habitag ein. Naja gut, warum eigentlich nicht? Dann lassen wir mal Pikachu kämpfen. Und er setzt gleich den Silberblick an. Es schült uns an, um unsere Verteidigung zu senken. Das kann doch nicht angehen. Ah, und ich merke schon, Pikachu geht hier bald ein bisschen der Saft aus. Okay, jetzt kommt er hier mit Ibitaq an. Ja gut, das sollte aber auch mit Donnerblitz schnell erledigt sein. Yes. Hm? Warte mal. Hat der ja nicht drei Pokémon gehabt? Ich wusste, ich werde verlieren. Ach Mann. Wieso wolltest du unbedingt kämpfen, Mann? Was, was, was? Was willst du? Äh, gar nichts. Ich glaube, der Typ hat heute Morgen ein bisschen zu viel Kaffeekannab sein. Komm mir jedenfalls so vor. So, dann wollen wir mal schauen. Bisa Floor, wo bist du gerade? Ach hier, Zerschneider, bitte, wenn ich mal bitten darf. Okay, hier ist tatsächlich eine Trainerin. Oh, und ein Item haben wir auch noch hier. TM20. Okay, was haben wir denn hier im Schuss gerade gefunden? TM20 enthält Raserei. Raserei einem Pokémon beibringen? Näh. Glurak beherrscht schon Raserei und ein anderes Pokémon. Ich weiß nicht, ob das Sinn machen würde. Pokémon zu tauschen ist wirklich cool. Ja, und bringt vor allem Vorteile. Naja, aber werden wir gleich sehen. Okay, Pipi. Das kämpft gegen Evoli. Oder auch nicht. Nee, nee, lassen wir das mal lieber doch Pikachu machen. Und Pipi setzt Metronom ein. Psychokinese. Ah, verdammt. Metronom ist eine fiese Attacke. Sie ist zwar total random, aber je nachdem, was dabei herauskommt, kann es doch manchmal ganz schön wehtun. Also lieber vorsichtig. Komprimator. Und ich merke schon, Pikaschus Donnerblitz macht nicht viel her. Okay, Gesang funktioniert nicht. Und Ruckzuck-Heep. Oh, ging voll vorbei. Nochmal Metronom. Oh, Feuersturm. Oh, ha. Die hier stärkste Attacke in dem Spiel. Mann, Pikachu trifft. Ah, nee, ey. Pikachu, du bist so eine Schnarchnase, ey. Na gut, lassen wir das dieser Floor machen. Okay, Gesang hat natürlich jetzt hier nicht gewirkt. Nein, nein, dann kommen wir jetzt einfach mal Pipi ein wenig HP. Ach, und ja, Pikachu ist ja jetzt natürlich eingepennt. Und ja, gut, das geht jetzt sowieso nicht. Wir sind ja hier auf dem Bike. Okay, wollen wir erst mal schauen. Ich hab ja noch eigentlich Items da. Wo ist eigentlich der Supertrank hin? Äh. Wo hab ich die jetzt? Ach, hier sind sie. Wenn ich Pikachu erst mal hier so ein bisschen HP zurückgeben. Und jetzt endlich mal hier die Pokémon tauschen. So, wer hat jetzt eigentlich nochmal Training nötig? Ich würd mal sagen, relaxo. Evoli muss ja leider so ein bisschen hier aussetzen. Du siehst Lampfromm aus. Dann hab ich eine Chance. Ich und Lampfromm träumen weiter, Mädchen. Okay, wieder eine Fahrtfinderin. Sie setzt ein Taubsy ein. Okay, Taubsy ist zwar schnell, aber nicht unbedingt stark. Kopflos! Oh, Sandwirbel. Bäm's! Gut, das war's. Relaxo erreicht Level 31. Wunderbar. Okay, und Fahrtfinderin wird Taubour gerne in den Kopf schicken. Willst du Pokémon wechseln? Ja. Das kann ja nochmal Pikachu erledigen. Auch wenn es wahrscheinlich nicht mehr viel Strom hat. Ach ja, richtig. Pikachu pennt, ja. Total vergessen. Pikachu, wach auf. Ja gut. Wäre ja nett, wenn Taubourgast wirklich wach rütteln könnte. Nein, Pikachu schläft immer noch wie ein Stein. Wach endlich auf, Mann! Okay, Pikachu ist wach. Er wäre ja nochmal schön vom Windstoß getroffen, aber schlagen mit dem Donnerblitz wieder eiskalt zurück. Oh, Mann. Okay, toll. Jetzt habe ich wieder die ganzen KP verloren, die ich ja durch den Supertrank wieder geheilt habe. Mann, ey. Hm, du bist ein Wolf im Schafpelz. Okay, mehr hat er sie nicht. Okay, dann werde ich jetzt erstmal mit dir kämpfen. Du bist ein gewitzter Kerl. Das stimmt. Ich bin unscheinbar. Na gut, gut. Was setzt sie dann jetzt ein? Ein Taubourgast wieder mal. Mann. Immer alle, die hier mit ihrem Vogelpokémon. Aber egal. Gute Sandwirbel. Mann. Ging natürlich voll daneben. Wirbelwind. Blieb unversehrt. Und BÄÄM. Kopfnuss. Ja, ging natürlich wieder mal voll daneben. Schon wieder Sandwirbel. Und das trifft es diesmal. Okay, Knuddeluff. Ja gut, das kann Turtac machen. Turtac brauche ich auch noch Punkte. Und Knuddeluff ist ja zum Glück ein entwickeltes Pokémon. Los geht's. Eisstrahl. Lass mich hier schön auf Eis legen. Schön frusten. Okay, es setzt ein Igel ein. Na gut, das stört mich nicht besonders. Bis und bring's zu Ende. Und du siehst so süß aus. Oh, vielen Dank. Okay. Hey Kleiner, lass uns kämpfen. Was? Jetzt hier? Mitten auf der Straße? Ja gut, das mache ich ja schon die ganze Zeit. Aber hey, komm schon. Aha, fünf Pokémon. Okay, das wird interessant. Oh, was sagt man dazu? Relax ist sogar schneller als die Smogon. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. So, noch eine Tackle-Attacke. Und noch eine Kopfnuss-Spams. Ich muss somit eigentlich ja erstmal nochmal schauen, welche TMs ich jetzt eigentlich ja nachher hier auf Relaxo legen will. Äh, verdammt. Das wäre jetzt eine schlechte Idee, jetzt hier dieser Floor einzusetzen. Das hätte ich lieber mal ein bisschen, ja, strategischer angehen sollen. Na ja, gut. Smog-Mog wird ja nicht viel ausrichten können. Immerhin, es hat ja nur Gift-Attacken drauf und deshalb wird Tortock ja auch hier nichts passieren. Äh, nicht Tortock, Bisa-Floor meine ich jetzt. Mann, ich komme jetzt durcheinander schon wieder. Das ist doch nicht wahr. Gut, erstmal noch ein bisschen Smog. Oh, ist das widerlich. Und das war's. Wir sind fertig. Smog-Mog ist besiegt. Bisa-Floor erreicht Level 33. Okay, als nächstes wird ein weiteres Smog in den Kampf geschickt und ich will wechseln auf Tortock. Okay, Tortock, zeig, was du kannst. Blubstrahl. Mit voller Power. Ja, gut. 90% gehen auch noch. Aber dafür wäre jetzt erstmal eine fette Biss-Attacke. In your face. Gut, und dann kommt zu guter Letzt Slimer. Willst du wechseln? Nee. Machen wir das lieber mal so. Erstmal hier wieder schön einfrieren. Boah, ist das aber mit einem perfekten Treffer. Warum habe ich verloren? Hat mich ein anderer Typ vorhin schon gefragt, aber naja. Gut. Her mit deinen Moneten. Wenn du verlierst, gibst du mir dein Geld. Ja, okay. Aber wenn du verlierst, kriege ich dein Geld. Ist doch klar, oder? Okay, wieder mal ein Smog on. Und wir kämpfen mit unserem Relaxo. So, Bams. Headnerd. Okay, Tackle-Attacke. Das stört mich jetzt nicht im geringsten. So, was kommt als nächstes Slimer? Dann lasse ich mal wieder Tortock in den Ring steigen. Und setze Eisstrahle ein. Ich meine, hat ja beim letzten Mal auch ganz gut geklappt. Also vielleicht kann es dieses Mal auch wieder ordentlich ein, ja, hier, was einsetzen oder so. Genau. Oder was reißen. Gut, das war's. Einmal Biss und dann ist das Ding auch futsch. Und das letzte wird ein Smog-Mog sein. Versuchen wir es auch mal hier mit Eisstrahl. Okay, super Treffer. Na, sogar Crit. Und es ist eingefroren. Hahaha. Ich liebe es, wenn sowas funktioniert. Das darf nicht wahr sein. Doch, es ist wahr. Oh, da ist ja noch eine. Ich trainiere Pokémon, weil ich alleine lebe. Oh, du Arme. Das ist natürlich nicht so schön. So eine Schönheit lebt alleine? Da muss man doch irgendwie was machen. Ich meine, hallo? Gibt doch bestimmt einen Haufen Männer, die ja jetzt eigentlich ja jetzt hier so eine hübsche Frau wie dich ansprechen würden. Okay, weiter geht das nicht. Oh, gut, machen wir das zehnmal. Relaxo, komm zurück. Mach es fertig, Bisa-Flor. Giftpuder hat keine Wirkung. Und Zerschneider. Ist klar. Und als nächstes wird Bisa Knospen in den Kampf geschenkt. Willst du wechseln? Oh yeah. Da kann Tortock wieder kämpfen. Ja, aber fast Tortock hat doch einen Typnachteil. Schon, aber es hat eine Attacke, die effektiv ist. Nämlich den Eisstrahl. Dagegen hat keine Pflanze eine Chance. Naja, ist doch eigentlich auch gut so. Gut, Tortock erreicht Level 38. Und die Schönheit ist besiegt. So habe ich es mir aber nicht vorgestellt. Ja, mir aber nicht vorgestellt. Ja, ist klar. Kann ich mir denken. So, sind wir bei da. Route 15 Westen, Fuchsania City. Okay, Route 15 also momentan. Ist aber noch ganz schön weit weg. Wunderbar, jetzt kann ich gleich ausprobieren, wie gut diese Pokémon sind, die ich drin... Ja, getauscht habe. Oha. Getauschte Pokémon. Drei Stück an der Zahl und sie setzt erstmal ein Dooflor ein. Ah ja, interessant. Ja gut, ich denke mal, das kann Glorak ruhig machen. Giftpuder. Ah, okay, das ist nicht schön. Flammenwurf. Da werden wir uns erstmal hier schön gleich rächen dafür. Okay, Dooflor wurde besiegt. Glorak erhält auch erstmal Punkte. Und Pfadfinderin wird Myra Plein in den Kampf schicken. Willst du wechseln? Gerne doch. Ich meine, der Glorak ist zwar jetzt cool für diesen Kampf, aber nicht unbedingt jetzt gerade vonnöten. Außerdem haben wir ja noch den coolen Eisstrahl drauf. Damit wird jedes Unkraut einfach mal hier an Gefrierbrand leiden. So, das ist gut so. Und es ist noch ein Myra Plein. Nein. Und dann noch einmal einen Eisstrahl. So wie es sich nun mal gehört. Oh, und ich sehe gerade auf die Uhr. Die Partzeit ist mal wieder rum. Oh man, die Zeit vergeht so schnell, wenn man hier in Trainerkämpfe verwickelt ist. Ist das nicht zu fassen. Na gut, dann werde ich erstmal hier eine kurze Pause machen und kurz erstmal hier Glorak entgiften. Das muss ja jetzt auch erstmal kurz sein. Okay, noch ein bisschen Gegengift habe ich ja hier zum Glück. Das ist also kein Problem. Und dann, Freunde, wieder mal hier. Vielen Dank fürs Zuschauen beim nächsten Mal. Dann hoffentlich erreichen wir dann endlich Fuchsania City. Damit wir auch wieder hier eine Stadt haben, zu der wir auch zurückfliegen können. Wäre jedenfalls super. Falls ich ja mal irgendwann mal wieder da vorbei muss. Eventuell. Immerhin, da ist ja noch die Safari-Zone. Und da will ich ja auch gerne noch hin. Weil ich mir ja da noch ein oder zwei VMs holen will. Die ich ja auch noch dringend brauchen werde. Also dann, gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.